Eines Tages wird man die Kriegsverbrecherin nennen, aber heute noch nicht. Die Kriegsverbrecherin ist in der Nähe der Kriegsverbrecherin, aber auch in der Nähe der Kriegsverbrecherin. Die Kriegsverbrecherin sind so unbefriedigend. Hallo! Ihr Kleingewichtheber. Was geht? 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 ja ja ich habe schon zwei minz verkackt Chat haben wir einfach zwei Solokills jetzt am Schliesslerorten oh der ist neu den kann ich noch nicht der ist neu das ist nicht schlecht ach Bullshit Bullshit was war das für ein Tornado was war das für ein Tornado als ob wer spielt die Tornado so holy shit du musst die Tornado flashen heftig als ob die Tornado nach hier spielt hä auf die Grenze von dem verkackten von dem verkackten Tower ach man ich sollte Xyia nicht mehr so picken alter jedes Mal sage ich das gleiche ich bin wieder gegen Astral den rest der Land den rest ist halt Xyia richtig nice messerbar not needed bro but appreciated was ein kill auf uns also auf mich und dann natürlich auf Nami schon sehr ungeil Mann sehr weird auch oh boy haben sie den ich liebe es wenn Jenna sterben leckeres gegessen ich habe mir gerade ich habe mir jetzt gerade ein paar Maultaschen genommen geklaut mit Spinat drin das war ganz lieb das heißt ganz lieb das war ganz lecker oh close holy shit ah sieht gut aus schön schild sehr nice guys big frigging fan ähm dann habe ich mir so Würstchen dazu machen wollen aber die Würstchen war glaube ich abgelaufen also habe ich die quasi gebraten und dann weggeworfen ähm ich habe die nicht ablaufen lassen aber ein paar Spiele sind nach Hause gefahren und ähm ja da sind die Sachen abgelaufen ne schade warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an zwei für zwei fehlmann dive zwei für zwei gelöst I like this Oberständer von Rieser was ich mehr machen können probably ja hätte ich in die in den Hackerim oder in den Silots rein spielen müssen maybe jetzt super in der Pfanne gebraten einfach gekocht ich habe ja noch nicht so freundlich schon gemacht aber ich war noch so lecker ohne Soße ging voll klar hat einen guten Eingeschmack und dann habe ich mir eventuell noch ein ein zwei Eis gegönnt also vielleicht auch drei vielleicht habe ich mir drei so Eishemmchen gegönnt könnte passiert sein aber naja ich habe ja gesagt ich wollte weniger essen ne auf der Weise habe ich die Würstchen weggeworfen also ne aber Gena ist auch eine Gena die herumläuft um für mich zu gehen oder ich glaube ich werde respektieren even though I don't like it aber Nami ist halt gerade topside also let's go ahead ja Gena ist nicht top ist gut da alles richtig gemacht chat alles richtig gemacht Leute ich kann es nicht sehen weil unsere Heimat geheilt wurde wirklich das hat auch so zu den nach oben richten als ich das rechts gesehen habe aber ok ich glaube nicht warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an Ne市場 Okay, muss ich haben, das sind für die Supps. Ich muss leider keine Rounds sein, ne? Oh, du wirst jetzt am Freeze-Up. Janna ist auch Rounds, so. Worüber reden wir jetzt hier? Nein, Janna ist top, was wir holen sollen, ne? Kann man so frech landen? Junge, ich hasse Janna so sehr. Anblöbel. Kann man so frech sein? Genau. Ja. Ja. Miss Geht mir gut Was jetzt natürlich suckt, ist für die Lane jetzt nicht so geil Aber ich werde trotzdem im Krakenslayer gehen müssen, weil halt die Frontline von denen hier oben relevant ist Wir haben sehr viel TPS im Lineup anyway, aber ich möchte trotzdem im Krakenslayer gehen Einfach nur, falls sie Kale töten, falls sie Kinder töten, dass ich dann auch noch am Start bin und auch noch Damage machen kann Ich denke ich werde aber für Movement Speed Variante gehen hier mit Phantom Lancer, da sehe ich mich Ich habe keinen Flash Gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die Runden nach unten rufen Wir werden Play of Botland probieren Okay, Joke Ist da jemand sein Flash los oder nicht, Bro? Was? Hat der weiße Schauer vorher schon geflasht? Maybe Geht hier oben was oder? Okay, talking about fast shit That is very fast shit, no? That is very fast shit, no? Okay 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 Das ist ein Anti-Heal-Diff Krass, ja, ja, war in dem Fall halt mega wichtig so Okay, das lief ja sehr gut Ich habe ein bisschen gewundert, wie viel Damage der Hack-Rim hatte auf mich, aber war schon sehr scary Aber danach lief halt gut, ne? Wusste nicht, ob der Hack-Rim ult hat, wisst ihr? Deswegen bin ich auf sie immer sicher gegangen und habe halt dann selbst gegen ultet So eine Jenna hat einfach immer diesen, diesen Die ist quasi immer lowlife, so wisst ihr? Ich habe kein, wir haben keine Ults Okay Okay Mhm Mhm Die Räbellion bringt mein Blut zum Kochen Shut up Das ist der Gopter. Wir haben ihn in jedem Fall benutzt. weiter für Damage bauen und aufpassen, wir haben halt ULs Cooldowns und ich darf, um es auf Twitter zu gehen oh wichtig oh wichtig wenn man jetzt W an oh, das sieht nicht gut aus für Ezreal yes vielleicht für Nashkin, ja irgendwo hier ist halt Mundo, aber wir haben so viel DPS, dass Mundo glaube ich keine Rolle spielt es ist so angenehm mit diesen ganzen Supporter im Rücken ADC zu spielen, das ist immer noch so stark eigentlich ich habe mir gefühl ich sterben könnte, wisst ihr und geht aber auch einfach ein gutes Line-Up okay, ich habe gegönnt, ne balanced ich habe jetzt What the fuck is the scale? Why does everyone look at this in the world that someone is free? Oh no! I'm not a free sub! Okay. ich bin noch nicht jetzt ja jetzt die namen hier oder war gut bitte war gut top war gut ciao mir war gut